Ich bin ja so froh, dass meine Familie immer für mich da ist. Aber es ist auch schön, wieder unabhängiger zu sein. Jetzt mit dem Treppenlift bin ich wieder viel mobiler, so wie früher. Meine Kinder freuen sich auch, dass ich das Leben jetzt wieder so genießen kann. Meine Tochter hat erst neulich zu mir gesagt, es ist schön, dich wieder so fröhlich zu sehen. Nach meiner Knieoperation, ich habe ja jetzt ein künstliches Knie, war das Treppensteigen mühsam, langsam und äußerst schmerzhaft. Wenn es nicht unbedingt nötig war, habe ich die Stufen gemieden. Und ich habe die Blicke meiner Kinder gesehen. Die haben das ja auch gemerkt. Aber ich wollte nicht, dass sie sich sorgen, denn sie können ja nicht immer hier sein, um mir nach oben zu helfen oder Sachen zu holen, die ich brauche. Der Schwiegervater meiner Tochter hat schon seit längerem einen Lifter und ist sehr zufrieden damit. Das hörte sich gut an und wir beschlossen, uns ausführlich beraten zu lassen. Meine Tochter hat dann bei Lifter angerufen. Zwei Tage später erhielten wir schon einen Termin. Der Berater kam zu mir ins Haus, war sehr freundlich und hat alles genau erklärt. Gemeinsam haben wir dann den passenden Treppenlift ausgesucht. Ich konnte Schienen- und Polsterfarbe wählen. Zum gleichen Termin hat der Berater dann auch die Treppe ausgemessen. Ich hatte ein gutes Gefühl, weil er sich Zeit genommen hat und alles genau erklärt hat. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Lifter schon früher bestellt. Wenn man bedenkt, wie viel Lebensqualität ich dadurch gewonnen habe, habe ich keine Schmerzen mehr und bin im ganzen Haus mobil. Ich merke, dass der Lift meiner Gesundheit gut tut. Ich schone meine Knie und spare viel Kraft beim Treppensteigen. Und so kann ich im Alltag alles mit mehr Energie angehen. Meine Kinder sind jetzt auch wieder gelassener, seit sie wissen, dass der Lift mich sicher nach oben trägt. Wir haben jetzt andere Themen, über die wir sprechen. So habe ich mir das gewünscht.